First, they took your family and your riches. Then they took your health and your pride. Finally, they left you to die. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Conan Exiles Age of War. So, ich bin beim Untoten Drachen. Den Hinweg habe ich jetzt, ja, ich habe vergessen auf Aufnahme zu drücken. Und jetzt stehen wir halt schon hier. Ja, ich habe oben die Kisten schon mal leer gemacht. Habe ein paar Blümchen eingesammelt. Und jetzt würde ich sagen, machen wir unten noch ein bisschen frei. Und dann gucken wir mal, wie der Große so läuft. Eigentlich wollte ich heute schon zum Champion, aber ich weiß gar nicht, ob ich da schon bereit bin. Letzter Zeit lief es ja doch eher ein bisschen durchwachsen bei mir. Ja, dann muss ich mich halt mal räuspern. Bei dem Wort durchwachsen. Ja, da muss gar kein Loot. Ja, vielleicht mal ein bisschen, äh... Ich hoffe, der Drache ist jetzt der Richtige, um ein bisschen Selbstbewusstsein zu tanken. Muss ja auch mal wieder besser werden, ne? Lassen wir jetzt erstmal unsere Ladies angreifen, damit ich sehe, wie sich das so schadenstechnisch verhält. Okay, der geht, äh... Nein. Eigentlich gut runter, wenn sie sich nicht zu mir rumdrehen. Obwohl ich ja eigentlich am Popo stehen will. Ich komme nicht zu seinem Hinter. Oh, Schwanzfäger. Macht ihr denn einmal? Ich komme nicht hin, ne? Oh, Mann, ey. Ich sollte mich einfach raushalten, wenn die Mädels kämpfen. Okay, ich habe ihn gekillt. Ich habe ihn gekillt. Ähm... Also ich würde mal behaupten, unsere beiden Begleiter sind... ...für jede Schande da zu haben. Nur bei mir bin ich mir nicht so sicher im Moment. Irgendwie... ...mache ich ganz schön viel Mist. Und deswegen traue ich mich auch nicht zum Jumpchen. Weil, wenn ich da einmal Mist baue... ...ja... ...wir wissen, was dann passiert. Drachenknochen. Yay. Ey, aua! Und dann nicht mal Loot dabei. So, warum... ...hat da gerade einer auf mich geschossen? Tatsächlich. So, eine. Rennen wir mal wieder zurück. Oh, war es sogar mal Loot. Ähm, wenn ich mich nicht irre, müssen wir da hinten... ...wann müssen wir hier raus? Hm, Moment. Da stand doch immer so ein Typ. Ist der da? Ich meine, der steht da. Ah, ich finde es nicht... ...sicher. Hey, stand hier nicht immer so ein Typ? Da ist das? Aber eigentlich müssen wir hier raus. Ja, genau. Ah, jetzt kommt ja noch die Schlange, ne? Also, nicht jetzt direkt, aber hier unten. Die Riesen. Boah. Oh. Kriege ich hier unten nicht die ganze Zeit Verderbnis? Ich glaube, wir haben jetzt die Tänzerin mit dabei, ne? Okay, da ist die Wien da noch weg. Jetzt hat man einen Schluck trinken. Ein bisschen was essen. So, hier unten war noch wo die Snakes. Ich gehe mal hier runter und wir trinken einen Tank. Ah, ihr wart doch gerade auf der anderen Seite hochgelaufen. Ah ja. Da ist sie. Oh, die größere Reichweite als gedacht. Ah ja. Ah ja. So, Schlüssel. Warte, 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 warte. Okay. Hm, cool. Guter Moon. So, nix viel raus hier. Ilellige Verderbnis. Endlich wieder schönes Wetter. Wie war es mit den Herausforderungen? Die ist jetzt weg. Aber ich glaube, die zählen immer noch. Sieht jemand gerade? Hallo? Das ist ein Heiltrank herstellen. War ich nicht nur ein Priester? Ja. Mitra. Hallo? Das hat dir noch nie da gefallen. Seid ihr fertig? Nee, sind sie nicht. Hört auf, da mit denen zu spielen. Komm schon, die muss doch mal irgendwo eine Aloha sein. Da, oder? Nee. Wenn nun? Eine reicht mir doch schon. Da ist keiner. Na gut. Wir werden schon eine finden. Wer greift mich an? Wer greift mich an? In wem habe ich ja grob? Ach, da. Nächliche Spinne. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Naja, dadurch, dass ich die ersten Minuten nicht aufgenommen habe, fehlt mir natürlich jetzt die Zeit. Also, die, in der Aufnahme fehlt mir die Zeit. So, sagen wir es so. Ah, hier ist jetzt auch kein Boss, den wir sonst noch eben machen könnten. Oh, nebenbei. Quasi. Nee, ich renne jetzt nicht querfeldein. Keine Lust, mich mit Hyänen rumzuschlagen. Sinnlos. Ah, bis der Perch dauert noch. Vor allem, wenn ich nicht groß baue oder so. Ja, wir könnten nochmal zurückgehen. Zur Schwarzen Festung Den Boss nochmal machen, weil ich den ja nicht abgebaut habe. Geschickterweise. Aber, das abgesehen, brauche ich die Sachen auch nicht, oder? Jetzt habe ich bestimmt wieder irgendwas Falsches gesagt. Ah, Mann, ich kann mir sowas nicht mehr an. Jetzt tut mir rein. Weil das Amulett hier abnehmen, abhauen, machen wir sowieso nicht. Weil. Warum? Wer will schon hier weg, wenn er irgendwann mal hier Königin ist, oder? Oder König, je nachdem. Ja, Leute, es ist diesmal wieder soweit. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Ah, wir gehen oben rum. Keine Lust hier, mich mit Krokus rumzuschlagen. Ich muss jetzt mal gucken. Welche Bosse wir noch auf der Arena, äh, Agenda haben. Aber ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster von den Dungeon-Bossen. Ist wahrscheinlich nur noch Champion der Arena eine Herausforderung. Und, ähm, ja, der eine Weltboss da oben, da gehe ich garantiert nicht nochmal hin. Der kann mich mal. Guck mal, unser wunderschönes Tor. Wohl hat nicht jedem gefallen. Irgendjemand hat das hier gar nicht gefallen. Er hat erstmal heftigen Dislike gegeben. Nichts dagegen einzuwenden. Aber wenn euch was nicht gefällt, dann sagt mir doch bitte was. Es sei denn, dass es jetzt allgemein gegen mich gerichtet hat. Behaltet's bitte für euch. Ich bin sensibel. Ah, Leute, aber ich muss mir echt was überlegen mit Kronen. Ich bin im Moment wirklich völlig neben mir, was Kronen angeht. Ich habe ja jetzt zwei Folgen mal ein bisschen gebaut, aber diese Baufolgen kann ich auch nicht jeden Tag machen, weil das sind mindestens, also die erste Folge waren über drei Stunden. Etwas über drei Stunden, die zweite Folge habe ich über vier Stunden angesessen, weil in der zweiten Aufnahme zwei Fehler waren. Einen habe ich direkt gefunden und den zweiten, ja, den habe ich erst gefunden, nachdem ich es auf YouTube hochgeladen habe. Und, äh, dann fängt man quasi nochmal von vorne an. Was kein Problem ist, ich mache es ja gerne. Aber jeden Tag schaffe ich das auch nicht. Nur, es ist auch blöd, wenn ich hier eine Folge anfange. Gut, heute ist natürlich jetzt wieder äh, meine Schuld, weil mir die, weil ich die ersten zehn Minuten mal wieder nicht aufgenommen habe. Oder was heißt mal wieder? Weil ich die ersten zehn Minuten nicht aufgenommen habe. die fehlen mir natürlich jetzt hinten raus. Ja, das haben wir jetzt bei knapp 30 Minuten. Ähm. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt, ich, puh. Ich bin gerade echt überfahrt. Ja, also ich würde jetzt auch nicht noch hier eure Zeit verschwenden wollen. Da haben wir heute nur eine kurze Folge. Es tut mir leid. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was wir mal machen sollen, machen können, machen müssen, ich glaube, Turga will mich boxen. Ähm. Lasst es mich bitte wissen. Weil ich bin im Moment gerade überfragt. Wir können natürlich zu den Bossen gehen. Klar. Aber. Ähm. Ja. Haben wir schon ziemlich oft gemacht in der letzten Zeit, ne? Mal gucken. Vielleicht fällt mir bis morgen auch irgendwas anderes ein, was wir mal machen können. Außer Bosse zu überfallen. Hm. Weiß ich nicht. Vielleicht machen wir irgendeine Challenge oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche mir was einfallen zu lassen. Nur, dass wir nicht hier. Ähm. Ja. Dass ich nicht nur Folgen aufnehme, nur um Folgen aufzunehmen. Weil das soll ja euch und auch mir Spaß machen. Nur im Moment bin ich gerade ein bisschen überfragt. Was ich tun soll. Vielleicht brauche ich auch mal ein, zwei Tage Code und Exiles Pause. Das kann auch sein. Ähm. Ich mache mir da mal meine Gedanken. Und, äh. Wenn ihr Vorschläge habt, lasst es mich bitte wissen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. otić